Moin, liebe Zuschauer meines Kanals, liebe Abonnenten, ja, als erstes möchte ich mich da einmal bedanken für die zahlreichen neuen Abonnenten, die in der letzten Zeit dazu gekommen sind. Stand heute 1111. Das ist eine schöne Zahl, freue ich mich sehr. Ja, ich stelle jetzt hier den Zug des Monats Juni vor. Vorgestellt von diesem Zug habe ich die BR 225, der X-Rail, das ist eine Maschine, eine ehemalige 218, die Anfang der 2000er Jahre zur 225er wurde. Ja, diese Lok von Minitrix hat keinen Sound und deshalb spiele ich hier mal den Original Sound dieser Lokomotive ein. Verbaut ist im Original, im dieses Modells ein MTU-TB11-Motor, erkennbar am Dach, an der Anordnung der Abgasrutzen und an der Ansaugöffnung der Luft für den Motor. Die Pielstick-Motoren, die ja auch in diesen Lokomotiven verbaut worden sind, hat eine andere Anordnung der Abgasrutzen. Hier, wie gesagt, ein DB11-Motor. Dieser Motor leistete 2800 PS. Ja, lassen wir mal hier jetzt starten. Das macht mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage dann Tschüss, bis ein anderes Mal oder auf Wiedersehen!